Herzlich willkommen am Dach der Möbelmacher in Untergrumbach, direkt neben Herzbruch im Nürnberger Land zum Newsletter 138, bei dem wir ganz stolz verkünden, dass wir 80% des Stroms diese Anlage für ihre Küchen und Möbel verwenden können. Der Rest, von dem profitieren glückliche Menschen, die zu Hause über so elektrische Spezialanschlüsse verfügen. Es ist wieder ein kleiner Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und zu ihrer ökologisch perfekten Einrichtung, aber das alleine macht ein Möbel noch nicht schön oder funktional, weshalb wir Ihnen zwei gelungene Eichenküchen auf unserer nagelneuen Homepage als Beispiele vorstellen. Selbst die Videos können das echte Kocherlebnis in diesen Küchen nicht adäquat wiedergeben, also laden wir Sie und Ihre Freunde ganz herzlich zum Tag der Küche aus Massivholz am Samstag, den 30. September ein. Besuchen Sie uns einfach zwischen 10 und 17 Uhr zum Zuschauen oder Mitessen oder melden Sie sich für den Kochworkshop um 10.30 Uhr an, bei dem wir diesmal zusätzlich zum Schwabhofer Weideschwein und dem Hutangerind erstmals auch die glücklichen Gockel vom Demeter-Geflügelhof Schubert gemeinsam karköstlich Sous-Vide garen, braten oder schmoren werden. Wir sind aber auch noch für alle anderen ihre Ideen offen, die das Salzburger Land mit Lebensqualität bereichern, weshalb Ute Danzer beim 20-jährigen Slowfood-Jubiläum unsere ganze Slowfood- und City-Geschichte seit der Conviviumsgründung 1997 schilderte. Dazu zählen wir jetzt auch den Pausenraum des Hotels zum Alten Schloss in Kledorf, für den wir gemeinsam mit Hans und Conny Heberlein ganz viele Gedanken und viele funktionale und flexible Möbel gemacht haben. Aus jenem Holz der Säck nun schliffen wir auch diese Massivhocker, weil sie jeden Raum eine natürliche Atmosphäre, aber mindestens eine Abstellmöglichkeit fürs Weinglas bringen. Mit einer Yoga-Übung unseres Untergrumbacher Schwarzstorchs wünschen wir Ihnen noch einen schönen Restsommer und freuen uns auf Ihren Besuch am Tag der Küche oder wann immer Sie dafür Zeit haben. Bis bald! 1 Gotem Oh Untertitelung des ZDF, 2020